Ich würde sagen, von A, wenn die eine der produzieren, die andere der zu retten und zu retten sind. Kein Sniper, ne? Okay, hab's egal. Soll ich mit dem Fahrzeug zu B fahren? Ja, wir sind alle in der Nebenfahrt. Ja, du kannst doch mit dem Fahrzeug zu B fahren. Ja, dann machen wir das so. Und dann rennen wir, also mein Squad, und dann zu B, würde ich sagen. Hey, Ray. Ray, kommt auch noch rein. Boah, Leute. Jo, 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 jo. Ja, wo darfst du? Auf A nehmen? B. Oh, von links, von links im Gang. Ja, ja, ja. Boah, der Phönix, ey. Boah, die sind alle bei A. Boah, da ist noch einer, der aufhaus oder so. Hier. Hier, zwei, drei. Ja, oben, oben auf dem Dach ist noch einer. Zwei. Chao. Das ist noch einer. Ich gehe zu hinten. Ich hoffe auf dem St akkur. Ich hatte sie nicht knacken lassen. Das ist die Augen, dann geht jemand zu dir, oder? Hölle, anstreiten, von hinten! Ah, 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 oh man, kann ja jetzt. ich bin direkt tot 3A ist eine Spawn-Beacon, die haben gar keine Ahnung, wo die Eier sind Paul ist das der Jeep, der alleine schießt? Ja, ich fahr mal mit Ja, ich fahr trotzdem mal mit Ja, ich fahr trotzdem mal mit Ja, ja, Barrick, verteil dich irgendwo Oh, nicht hier Sie hat einen genommen Hier habe ich einen Da steht einer, ich weiß Ray, wir gehen noch auf den Ray, wir gehen noch auf den Da gab's den Da geht's doch nicht Was denn? Locker mit Schluck, gut nach Rom Ja, doch Hat das gesagt, das Spiel aber selber nicht mit Schluck, ne? Nein, aber weniger Wo ist der하imiz? Ja, ich bin Ja Ich bin nicht immer frontal zu UD, das ist ziemlich schwierig, wenn man so zu bezeichnen kann. Ich hab viel mehr Übersicht. Ja, die haben da einen Bewegungsmüll. War doch so gut. Was ist das? Was ist das? Wie viel waren es? 10, 20 Meter. Aber wir gehen D und also. Wir kommen nach C und sich wählen. Ja, B wird eingeladen. Der Objective hat sich neutralisiert. 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 Hey, der, holt mich hier runter! Be advised, wir haben den Objective genommen. Ja, das finde ich gut. Hey, hier ist Ihr Med. Ich bin schnell, zwei. Ja, jetzt hat Steffen gerät. Ich hab's gesehen. Ja, wir können sich rauskennen. Ich kann diesen Starten suchen. Ich komm alleine. Ich muss auch nimmer schreiten. Ja, ich bin jetzt. Ich bin gespannt, aber wir müssen nicht schreiten. Ja. Wenn nicht. We can head back to base with the objective taken Nee, du musst ja aufnehmen Nein, hab ich rausgeschossen Ja, von mir aus kann ich rausgehen Einer zu A Ich geh danach raus, ne? Dann spiel ich in Metro 7 gegen 7 Ich glaube, ich wollte auch rausgehen Ich habe zwei Beage. Wir sehen uns auf keinem. Ja. Denken wir zu. Ja, wir haben ein Papier auf ein Jeep. Ja, da, Command. Ja. Das geht manchmal wirklich nicht. Das ist besser. Cabot-Chain hast du? Ja, da ist die. Take that medkit, pick it up. Links oder rechts? Nein. Oh, Alter. Schei auf. All units, all units, we've lost the ejection. All units, we've lost the ejection. Der U, hast du gerade einen geholt? Ich spawne und ich spawne Ich spawne und ich spawne Drei Leute Wie du mir den Arsch gerettet hast 6% Ja We have taken the objective Was ist das? 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 Das ist das Was ist das? Was ist das? Auf dem Dach Bei A Hey alter Dam Dam Spaß Spaß alter Die spielen jetzt alle mit Spaß ich habe er will mich messern er ist mit hier rum und er lebt immer nach vorne Nein, ich spiele ohne die Messer Nein, ich spiele ohne die Messer Wenn sie dann mit Erfolg haben Ja, sieht man ja Sie gehen uns voll am weg Ausrufe überlegen Ja Bei denen ist es nicht perfekt Ja, wait Oh, das hört aber schade Das ist super schlecht Reinheit, ich bin rechts 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 Jetzt ist es noch etwas auf dem Gap da Ich schlappe irgendwo dran. Bist du erster gefahren Daniel? Ganz glatt so, ganz ganz glatt so. Meinst du ernst? Oh ne, sieben, ne fünf Punkte. 300 Punkte, aber egal. Oh ja, jetzt seh ich die dritte Stelle. Wieso haben wir nie solche Squadrushgegner? Ich kenn mal, ich hab noch nie solche Lois. Ja, ich geh raus auf jeden Fall, du bleibst auf jeden Fall drin wegen Aufnehmen. Und noch einer muss raus, damit das 6 gegen 6 ist. Ja, was... Einer. Ja, dann... Kann ich machen. Ja? Okay, du warst auch der Letzte, der schnell gejoint ist. Okay, gehen wir beide raus, haut rein. Ja, auf der Seite schauen wir uns gut. Ja, auf der Seite geht zurück. Dann kommen wir raus.